Was ist denn? Der Android Falk ist auf dem Weg in MaraCore einige Stellungen der Skyens anzugreifen. Woher weißt du das? Er teilte es mir soeben mit. Ihr habt Funkkontakt? Positiv. Wir hielten eine beidseitige Kommunikation für sinnvoll. Also haben wir... Dann sag ihm, er soll keinen Unsinn anstellen und sofort wieder zu mir kommen. Negativ. Falk ahnte schon, dass du so reagieren würdest und hat den Kontakt daher abgebrochen. Na toll. Ich kann dir aber Falks letzten bekannten Aufenthaltsort in deinen Adjutor einspeisen. Ja, tu das. Keine Ahnung, was ihn gerade wieder antreibt. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn er sich aus irgendeinem Grund selbst opfert, um mir damit einen Gefallen zu tun. Ich muss ihn daran hindern, eine größere Torheit zu begehen. Stand by. Wie geht es dir jetzt damit? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das alles verpacken soll. Ehrlich. Ich weiß nur, dass ich eine lange Zeit brauchen werde, bis ich irgendeine Art von Vertrauen zu meinem Vater haben werde. Wenn ich es überhaupt irgendwann schaffe. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich hoffe, ich kann es irgendwann wieder gut machen. Wie auch immer. Wir sollten uns jetzt... Noch einmal. Danke, Jax. Ich nehme mich nirgends hin. Was wollte ich jetzt? Waffen verkaufen wieder. Oh, boy. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Okay. Hat keine Zeit, hier irgendwas zu tun. Wo man von irgendeinem schon wieder angesprochen wird. Bei Waffen upgraden komme ich auch gerade nicht weiter. Sonst noch jemand? Boah, ist das durch mit mir anscheinend? Nasti? Nein. Brony, mitkommen. Mitkommen. Oh, je. Wer ist da oben sonst noch? Lyra, glaube ich. Mit dir wieder was? Nein, auch nicht. Okay. Okay. Kann ich auch nichts machen mehr? Da fängt ich die Erde-Mission an, wenn man aber... Frank braucht wieder Hilfe. Wen vermisse ich hier noch? Lyra hatten wir, Fox hatten wir. Bulli fehlt. Wo ist Bulli? Wo ist Bulli? Oh, oi. Warum ist der da unten? Hätte ich nochmal mit dem reden müssen? Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Da ist Bulli schon tot. Habe ich ihn sterben lassen, alleine im Hinterhalt. Da steht er. Warum stehst du hier? Okay. Brony. Rück in die Passion. Was machst du hier, Bulli? Mitkomm. Mach ich. Er kommt mit. Kann ich ihn jetzt in die Bastion schicken? Könnte ich. Na dann. Oh. Ich habe ein Level ab. Wissenheit wollte ich. Dann kann ich mir bei den Klerikern einen weiteren Punkt holen. Wie du wirst lernen. Da liegt doch immer so eine Deiche. Wenn jemand Med aufräumen, da liegt er schon ein paar Tage am Weg herum. Den zehntesten Weg hinein. Sehr schön. Jetzt kann ich... Also anscheinend soll mir das dann nicht so schnell verrecken helfen. Dann haben wir hier noch jemanden, wo ich vielleicht was lernen kann. Wasser. Weischer. Ich weiß schon. Lehrer sind B-Tiker. Das ist das Einzige. Das ist gar nicht so viel bei Händlern. Wursch. Kleriker und ihre Burgen. Wir reden später. Das habe ich nie verstanden. Die Typen bauen Roboter und so ein Zweikörper. Leben in... alten Ruinen. Wie oft veranstaltest du eigentlich so ein Empfangskomitee für den Duke so im Jahr? Wir können das gerne wiederholen, wenn dir nach einer Tracht Prügel ist. Nee, lass mal. Dann halt die Klappe. Wenn ihr denkt, woanders ist es leichter, dann ab durch das Versager-Tor. Wer mein Training nicht übersteht, ist hier fehl am Platz. Da draußen gibt es keine Barmen, keine Brust, an der ihr nuckeln könnt. Ich hoffe, das geht in euren Schädel. Und jetzt ab auf die Stube. Okay, wir sind mit dem Nahkampf fertig. Den Kampf können wir uns dann auch leisten. Aber ich schenke welche Helix-Tränke noch, die mir. Nein. Okay, Bulli. Jetzt wirklich Bulli zu Frank mitnehmen. Guck dir das. Ah, wo ist er, mein Boy? Uff. Na Gott, Gott sei Dank habe ich den Teleporter hier genommen. Das können wir alle so gut wie es geht ignorieren. Gut. Der letzte Schuss genau verfehlt. Und Bulli, mach ihn weg. Und du schaffst das. Und Bulli. Yay. Gute Arbeit, gute Arbeit. Ich nützlicher Wesen. Krieg geht los. Knooblauch. Ja. Essen vorbereiten. Essen. Ich habe heute nichts gegessen. Wow, er schiesst den Green. Hopp. Ah, die Kavalerie kommt. Das wird ein fetter Fight. Mist, 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 Mist. Das ist nicht die Nahrung, die ich brauche jetzt. Das brauchen wir. Vom Schaden nicht so gut wie ich gehofft habe, dass es sein wird. Ich habe genug Schaden, Moni. Da ist es gut, dass ich Ball schon genommen habe. Das Nächstes wird auf jeden Fall im Fernkampf gesteckt. Ich habe jetzt den Fassan da auch zerlegt. Ich habe keine Pelz biegt. Gut, dass ich Speichern habe können. Das Nächstes. Das Nächstes. Das habe ich. ich bin ganz so viel Schaden was hat meine Fähigkeit mir jetzt gebracht überhaupt meine Kleriker Fähigkeit ich dachte das sollte mich jetzt ein bisschen im Sterben abhalten stattdessen sterbe ich nur oh vielleicht funktionieren die Kleriker Fähigkeiten einfach nicht kann ja auch sein nein aus nicht so viel ist da ich bin doch nicht mal gefeilt und habe schon die Kleriker Fähigkeit verdammt gaskert krass eine legendäre Waffe oder warum geht es hier so ab ich bin vor einer fette Ruhe weil die bis erst gelockpickt werden leider ohne Fallout Lockpick System so gut ist dass man eigentlich das eigentlich jedes Mal nur noch klauen sollte ich bin nicht gut genug ich bin nicht gut genug da haben wir was das uns besser macht aber das wird es nicht leichter machen nein das war wohl nichts ich kann es mir nicht schießen hier fange ich anscheinend schon mal nicht an hier fange ich anscheinend schon mal nicht an so das war wohl nichts miss 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 da habe ich schon Angst vor diesen Schlössern was ich die überhaupt auch machen will weil die so intensiv zum hacken sind wo ist der Selbstmörder wo ist mein Lieblings-Android ist der Suicide-Sins-Self kein Muckelfuck so eine Thermoplasche extra aus hier halt das Ding fern jetzt bringen uns hier doch nichts Was ist denn das für eine Zone hier? Das schaut ja krass hier aus. Oh, ey. Das ist falsch hier irgendwo. Was ist hier überhaupt sein? Anscheinend. Okay, wenn das zu der Längendbeschiebtigkeit... Ah ja, Mist. Mist, 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 jetzt da. Okay. Das Ding ist gerade dreimal ausgewichen. Oh, das hat Moves. Unglaublich. Oh, nicht das fette Ding herholen. Nur nicht das fette fliegende Ding herholen. Sie sind schon lange tot. Riecht aber noch legendäre Waffe hier. Oh, Fizz! Macht denn der Typ hier? Sie hat selbst in die Luft geschossen. Ein einzelner Benzinkleb da. Aui. Krass hier. Dann werden wir mal am Chat durch routen. Wenn man so, ob er noch überlebt hat. Das Wichtigste natürlich. Nein, ein Schrotbroton. Das ist das Wichtigste. Schau mal rauf. Sehr schön, sehr schön. Schrotbroton. Gut. Das tut gut. Was macht mein Android da? Er will da reinfetten. Meine Wehenstärke ist unermesslich, das ist wahr. Du bist ja auch eine Maschine. Es klingt alles so einfach, wenn du das so sagst. Ist es aber nicht. Das kann ich dir versichern. Hi. Jax, du hast mich gefunden. Ah, ich verstehe. Deine Drohne. Bist du verrückt? Was machst du denn hier? Du wolltest einen Beweis meiner Loyalität und dass man sich auf mich verlassen kann. Wie könnte ich das besser, als mich selbst dem Kampf gegen die fremden Eindringlinge zu stellen? Hör auf mit dem Mist. Du nutzt mir nichts, wenn du dich in unsinnigen Scharmützeln aufreibst und dich dabei selbst vernichtest. Aber du sagtest doch. Ich will dich ja wirklich nicht in deiner Freiheit beschneiden, aber ich habe noch eine Menge zu erledigen und ich brauche dabei deine Hilfe. Aber ich habe versagt. Ich habe dich verärgert und dir in letzter Zeit eigentlich nur Ärger gemacht. Das ist doch Unsinn, Falk. Und ich sage dir auch warum. Egal was du getan hast, wir werden das schon wieder gerade biegen. Was könnte eine Maschine mehr erreichen, als dass ein Mensch sie als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft ansieht? Und für mich bist du so etwas wie ein Freund geworden über die lange Zeit, die wir uns kennen. Also vergessen wir doch einfach das Ganze und verschwinden von hier. Ist das wahr? Hm. Nun dann, in Ordnung. Aber nur unter einer Bedingung. Welche Bedingung? Wenn ich jemals wieder den Plan verfolgen sollte, menschlicher zu werden... Ja? Dann haust du mir ein Kantholz über meinen dämlichen Schädel, okay? Hahaha. In Ordnung. Ich werde daran denken. Das hoffe ich. Nicht ganz übel. So nicht, Bulli. Wir werden jetzt diese Stadt alleine looten. So. Nein. Du dich, Bulli. Wo ist dich schon? Den Flug gesehen. Brillant. Wer ist das? Die Frau. Auf. Okay. Ich dachte, ich muss hacken noch, aber lockpicken meine ich. Aber nein. Das ist doch gut. Was bringt mich auf dieses Gebäude rauf zu fliegen? Bluuuah. Flugviecher haben wir hier oben. Was brauche ich für Shotgun-Munition? Ich darf jetzt eins in Zigaretten looten. So, danke. Ich schätze, das war's mit dem Bark neben mir. Und ich wollte wieder Frank sagen. Huuuuh. Ich sehe schon Leute anzupfen. Aber ich sagte Nasti auch immer Nasti. Nicht wahr, Billy? Das stört doch sicher keinen. Oh. So, zum hacken. Ui. Das wird gar nicht. Ich hab gerade wenn's singen gehört. Habt ihr das gehört? Warum hab ich da gerade wenn's singen gehört? Ja, hab da gesungen. Komisch. Ich würde von vorne anfangen hier aber. Das war nichts. 1, 9, 8, 7, 8, 3, 6, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9 Deshalb speichern, bevor ich es nochmal machen muss. Rotmoni, das ist es wert. Ich weiß nicht, ob das laut genug war für euch, aber... Das hat wieder vergessen. Oh, jetzt... Legendäre Waffe, ich kriege sie doch. Das gehört. Gleich was bekämen von natürlich. Aber jetzt bin ich... Wegen, wegen, kleines Ding. Ich habe geklecht. Ich habe es geklecht. Es ist ja schon... So habe ich mir einen Monster am liebsten. Ich bin richtig verrückt, dass ich mein Singletherr im Grab daher. Was ist diesmal wieder sowas? Das hat gehörer da ab. Könnte überall eine legendäre Waffe rumliegen. Oh, Mist. Nicht gut. noch geschlagen Ich habe viel Erfahrung. Da drüben ist noch ein Haus. Das könnte doch interessant sein. Wo säg ich die Frau? Hallo? So, jetzt kann ich da reinkommen. Du schon, du schon. Du kommst da rein. Ja, du kommst da rein. Oh, der kann doch auch schießen. Und es fliegt wieder weg. Da ist noch ein weißes was. Du kommst den ? Ja, du kommst da rein. O, du kommst. ja hochgefroben wenn er über mir herum fliegt da die das an wie soll ich das ding treffen ich muss mal duten das ding vielleicht verdiente truhe schlafsack wir singen gehört weitermachen nicht drüber nachdenken erkundungslust bekommen da geht so viel ab schaffst du es rauf hier nein, schafft er nicht ich könnte mich noch ein bisschen erkunden das ist schnell das ding nachchecks ok werde ich nicht drüber da bin ich drauf was ich hier oben noch finden kann naja, vielleicht will ich doch nirgends dorthin ok raus hier raus hier ist noch jemand was hier drinnen für mich zu tun nasty und bullying machen so schatz, die einzigen zwei die noch was zu tun haben warum hat Kaya nichts zu tun in diesem Spiel ich schätze, folge vorbei schätze, 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 schätze